hallo und herzlich willkommen zu einem neuen busdemulator 21 video freut mich dass du wieder eingeschaltet hast wir haben geändert beim letzten mal dass wir die dritte oder die erste route unsere erste eigene route uns erstellt haben und diese auch gefahren sind und danach haben wir die meldung bekommen dass einem fahrer von uns es nicht so gut geht und wir dann die route übernehmen sollen und genau das machen wir jetzt hier übernehmen die route mit dem bus 416 business meiner fahrer und fahren eine route 1 die breite schon im ersten ersten fahrt schon mal gefahren sind wollen wir schauen route 1 kommt in einer minute an okay dann da müssen wir jetzt auch nicht überspringen zeit die können wir noch warten finde ich würde ich sagen also sieht echt cool aus bei nacht der sterne ich freue mich schon auf die ganzen sachen die würde noch also erleben das einzige ich muss auch echt sagen ich muss erst wirklich wieder so in den in das in den in mir fehlt jetzt gerade das wort so so wieder in das wirklich in das gelben konzept zu reinkommen dass man auch wirklich wenn man zeit hat an der busheil stelle dass man einfach mal kurz durch den bus durch husch und die quarkarten überprüft das muss ich mir wieder ein bisschen ein prägen aber genau wie der bus der eine gleich kommen sollte denke ich mal also ja aber nein ich sehe gerade nur einen bus auf der karte vielleicht muss man den bus halt wirklich einfach so übernehmen oder muss ich einer bestimmten sagen wir jetzt nicht ich muss den an wo waren das band der drive bei 33 sagen ich muss es beim jetty drive machen verbundene ruten 2 ich habe die befürchtung ich muss das bei 3 machen mich mit möchtest du übernehmen ich fahre einfach mal mit ich habe es direkt mit und wir es dann da von dort noch mal der drive ist wir fahren erst mal hier hin dann dort hin und die vierte stop ist dann jetty drive also das war jetzt auch mal bei nacht mal mit ich muss auf eine fülle gleich bedenken dass ich in dem s416er bin und ich in dem citaro k der wendekreis hier ist ja doch noch ein bisschen anders das funktioniert nicht ne 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 so ne anzeigetafel wäre natürlich auch cool die dann sagt ok na wie es also in realität ist so das sind das in die nächsten stationen es wurde gedrückt oder nicht was passiert hier gerade oh hey willst du fahren oder kontrolliert du nur die fahrgarten der bus gehört hier haben wir das auch das fehlt uns das müssen es nur die route fahren tschüss ja genau wir müssen auch schon weiter ich hab die absenkung nicht vergessen also die hinweise die gehen wir ja manchmal schon ein bisschen auf den nerv ab zum seadriff square der wendekreise hier sind wir im hospital die fahrgabine nicht verlassen senken wir ab und lassen die passage reinsteigen hallo ich bin im bus ich bin glücklich das wetter heute ist okay wollen wir mal weiter sagen und die tor fortsetzen absenken heben nicht ja hab ich doch wenn jemand weiß wie man das deaktivieren kann sagt mir bitte bescheid das wäre echt sehr nice das stört mich doch schon ein wenig links halten wenn wir jetzt zur Lenk answer road sind wir auch schon gleich wieder am ende der fahrzug angekommen ich hab vergessen abzudenken jedes mal stief noch mal der fahrer hat sich gemeldet ich soll dir danke sagen fürs aushelfen ist gut zu hause angekommen und bald wieder auf den beinen hey gute nachrichten die neue nachtverbindung war so erfolgreich dass die stadt uns einen neuen bus bezahlt setzen wir ihn auf einer der bestehenden routen ein alles klar das machen wir auch beim nächsten mal ein kurzes video aber ist ja auch nicht verkehrt ich hoffe es hat dir gefallen und ich hoffe ich sehe euch dann im nächsten bussimulator 21 video wieder es ist aber auch sehr interessant dass man jedes mal einen fahrer reingebaut wo man gar keine fahrer hat das würde mir aber auch mal interessieren ob man das irgendwie wir haben jetzt hier die garage wo die ganzen busse die wir haben drin sind das sind eigentlich wir haben drei busse bist du im besitz drei zugewiesen wird zwei von eins äh oh wir haben noch ein ah wir haben gerade den ah wir haben sogar den mercedes hitaro g einfach in der stadt spendiert bekommen das ist ja crazy das heißt wir fahren dann in den nächsten nächsten video fahren wir dann sogar mit dem zitaro g1 äh zitaro g1 mit dem zitaro g wir fahren das nächste mal mit dem gelenkruss äh darauf könnt ihr euch dann schon mal freuen ich hoffe es hat dir gefallen das video und ähm und ich hoffe ich sehe euch dann im nächsten bussimulator 21 video wieder und 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 Bis zum nächsten Mal.